Wenn er es ein paar Jahre später gemacht hätte, hätte man es nicht gemerkt. Nein, es schaut jetzt einfach auch wirklich blöd aus. Aber blöd ausschauen tut etwas, was blöd ist, oder? So habe ich es gelernt. Nein. Warum sind Sie dafür? Warum ich dafür bin? Weil wir haben zum Teil, und gerade, also das betrifft jetzt nicht die erste Bank, aber das betrifft gerade Unternehmen in Österreich mit staatlicher Beteiligung auch, ich nenne da nur mal das Stichwort auch Flughafen zum Beispiel, ja, wir haben da viel zu viele Aufsichtsräte drin sitzen, die eigentlich fehl am Platz sind und die nur eine Kompetenz haben, die richtige politische Farbe zu tragen. Und da sind wir bei dem Thema, dass Politiker oft wirtschaftlich einfach nicht so gut vorbereitet sind, die sitzen dann aber in einem Aufsichtsrat und haben eigentlich keine Ahnung, und da sollten sie nicht sitzen. Und wenn jetzt ein Dreichel die Vergütung da anhebt, dann will er auch internationale Experten vermehrt reinholen, dass die ihm auf die Finger schauen. Und das ist ja die Aufgabe, bitteschön, eines Aufsichtsrats. Dem muss ich aber so viel zahlen, wie ich sonst irgendwo in der Welt zahle. Er hat, glaube ich, zurzeit zwei Amerikaner drin und einen Spanier, und da habe ich halt die gleiche Höhe zu haben. Dass dieser Zeitpunkt ein total unglücklicher ist, das ist ganz klar. Das wird ihm längst schon leid tun. Herr Scharinger, ich danke Frau Kratzer, dass Sie gleich aufeinanderprallen können. Ich habe hier einen Auszug aus dem Europäischen Parlament, die ja bekanntlich ein 68-Punkte-Programm formuliert haben, eine Resolution und mit Mehrheit beschlossen haben. Einen Auszug. Das ist eine Resolution an die Europäische Kommission. Ich begrüße zum Teil das, was da drinnen steht. Sie verlangen klare Trennung zwischen traditionellem Privatkundengeschäft und Investmentbanking. Unterstreiche ich zweimal. Banken sollen sich auf ihr Kerngeschäft im Dienste der Realwirtschaft konzentrieren. Das ist genau meine Position. Da entsteht dann keine Spekulation, kein Carry-Trading und so weiter. Anreize für Bankensektor schaffen, um langfristig verantwortungsvoll mit Risiken und Gewinnen umzugehen. Da streiche ich auch doppelt. Eigenkapitalanforderungen müssen im angemessenen Verhältnis zur Größe bleiben. Das Risikoprofil und das Geschäftsmodell dieses Institutes muss berücksichtigt werden. Die kleineren Banken oder eine Regionalbank wie wir, wir haben in der Krise unsere Kunden durchgetragen. Wir haben kontinuierliche Ergebnisse geschrieben. Wir haben auch aufgepasst, dass wir niemanden zu Tode finanzieren. Und wenn Sie ansprechen, warum setzen wir Eigenkapital ein in unterschiedlichster Art und Weise? Und geben nicht nur Kredite. Und das heißt dann Beteiligung. Weil wir vielfach mit Krediten alleine bei manchen Investitionen nicht durchkommen. Weil uns die Betriebe, wenn sie zu wenig Eigenkapital haben, zu schnell in die Überschuldung kommen. Und deshalb setzen wir Eigenkapital auch ein. Denn eines habe ich auch immer gesagt. Kredit zu zählen, Zinsenzähler einschalten und warten, bis das Geld zurückkommt. Das war nie die intelligenteste Bankdienstleistung. Und das wird es auch künftig nicht sein. Und dafür trete ich ein. Herr Scharinge, eine Frage an Sie. Die Sachen, die Sie da gerne zweimal unterstreichen wollen. Ist es eine Möglichkeit, die gesetzlich abzusichern? Ja. Aber wir müssen differenziert. Genau das, was wir hier heute in der Diskussion zu wenig machen. Wissen Sie, warum ich das sage? Wir müssen mehr differenzieren und können nicht immer alles über einen Kamm scheren. Ich habe gelesen, da war ich ganz erstaunt und erschrocken, von Harald Schumann in der Zeit, die ja nicht das Zentralorgan von linksradikalen Anarchisten ist, vom 7. März 2010. Da schreibt er also über die Krise. Und ich meine, da ist ein neuer Punkt, den ich gern diskutiert haben möchte. Also inwieweit das politisch, also inwieweit das politisch zusammenhängt. Und er schreibt da, und immer sichtbarer wird, dass die Fehlentwicklung der globalisierten Finanzwelt einer kleinen Clique aus den Führungsetagen von etwa 15 globalen Finanzkonzernen eine Macht in die Hände gespielt hat, die sich jeder demokratischen Kontrolle entzieht. Und das ist der Punkt. Da schreibt er, das begann schon damit, dass die Bankfürsten selbst die Bedingungen diktierten, zu deren ihre Geldkonzerne mit Steuern Geld gerettet wurden. In Deutschland ging das so weit, dass der Vertreter der Geldwirtschaft, Deutsche Bankchef Josef Ackermann, persönlich die Kernpunkte mit der ahnungslosen Kanzlerin und ihrem überforderten Finanzminister aushandeln konnte. Stimmt das? Er hat ja keine Hilfe bekommen. Ich meine, das ist ja lächerlich. Das ist mal zu populistisch. Entschuldigen Sie, wenn Bankenhilfen kommen müssen und von Einzelnen in Anspruch genommen werden mussten, dann ist es ja naheliegend, dass das ein zweiseitiger Vertrag ist, ein beidseitiger Vertrag ist, den beide unterschreiben müssen und beide müssen einverstanden sein damit. Und das ist meines Erachtens schon in einem Rechtsstaat und in dem leben wir und in dem lebt Deutschland und andere, Gott sei Dank, ist das eigentlich eine Grundprämisse. Aber haben da die Banken die Politik über den Tisch gezogen? Nein, ich glaube, die Banken haben einen teuren Preis dafür zu bezahlen. Also ich bin nicht so der Meinung, dass die 8% geschenkt sind. Das, glaube ich, kann man nicht sagen. Und auf der anderen Seite, sie müssen ja zusätzlich auch Auflagen erfüllen. Jede Bank, die in Österreich das Paket hatte, das Kapital bekommen hat, für eine Milliarde nehmen wir an, Kapitalzuschuss muss sie 2 Milliarden über 3 Jahre an zusätzlichen Krediten vergeben. Das war ja auch der Preis, den die Regierung meines Erachtens zu Recht verlangt hat, dass dieses Kapital auch im Interesse der heimischen Wirtschaft eben vergeben wird. Und das ist das, was wir ja auch immer wieder kontrollieren. Und da kann ich sagen, das ist erfolgreich gelaufen von den Banken. Dass natürlich die Nachfrage der Wirtschaft eine eher schwächliche ist, weil noch nicht so viel investiert wird. Wir sehen ja die Statistiken der Nationalbank. Das Kreditvolumen ist ja inflationsbereinigt eher sogar rückläufig als ansteigend. Das heißt also, hier können die Banken gar nicht so viel vielleicht vergeben, wie sie gerne möchten. Die Nachfrage ist ja eine relativ geringe noch, also brauchen sie nur die Statistik zahlende Nationalbank nehmen. Sie müssen also Auflagen erfüllen. Und da glaube ich, ist das ein fairer Deal gewesen. Die Regierung hat nichts zum Verschenken gehabt. Die Banken haben sich sicherheitsnetzmäßig das genommen. Wir wissen, dass ein oder zwei Banken nicht, also zwei sagen wir mal, nicht die Zinsen bezahlen konnten bis jetzt. Aber die anderen haben diese 500 Millionen ungefähr bezahlt und heuer wird wieder bezahlt werden. Also an und für sich läuft das so weit ordentlich. Aber ich glaube auch, die damalige Bundesregierung im Herbst 2008 hat ja das nicht vergeben, um zu sagen, wir wollen ein Geschäft machen. Das ist ja auch oft hineininterpretiert worden, sondern in Wirklichkeit war es die Stabilisierung des Finanzmarktes. Denn wir alle wissen noch, wie das im Herbst, September, Oktober, November 2008 ausgeschaut hat. Und da glaube ich, war das eine ganz sehr, sehr wichtige und kluge Entscheidung der damaligen Bundesregierung. Und dass einzelne Banken davon Gebrauch gemacht haben, war einerseits Sicherheitsnetz und andererseits Notwendigkeit. Die, die Notwendigkeit hatten, das sind ja auch die zwei, die, sagen wir mal, die Zinsen vielleicht noch nicht bis jetzt bezahlen oder die Dividenden darauf. Und die anderen haben es als Sicherheitsnetz gebraucht und die bezahlen noch ihre Dividenden. Und ich glaube auch, dass wir, abseits der Diskussion des Herrn Scharinger, natürlich auch ein paar Großbanken in diesem Land brauchen, die ja sowieso bescheiden in der Größe international wieder sind. Aber die Illusion, dass wir nur mit kleineren Instituten, die sind enorm wichtig als Lokaler, als Nahversorger, da bin ich absolut positiv gestimmt. Aber auch für ein Land wie unseres brauchen wir ein paar große, die eben dann aktiv in Osteuropa, und das ist ein erweiterter Heimarkt für uns, und ich sehe das nach wie vor als eine sehr, sehr positive Sache für unsere Wirtschaft, aber auch für die Banken, dass die dort agieren. Und das geht nur mit einer gewissen Größe. Herr Jelich, der Herr Jelich hat schon so lange... Der Herr Jelich hat schon so lange... Wir reden über wichtige Dinge. Ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass wir die Menschen an den Fernsehgeräten verlieren, bei den Details, auf die wir hier eingehen. Weil die meisten Menschen lesen in der Zeitung derzeit weniger über die Bankenregeln und Basel 3, sondern die lesen über den Euro, die lesen über Griechenland, die lesen über die Tatsache, dass Griechenland vor einem Jahr gerettet wurde und jetzt noch einmal gerettet werden muss. Die lesen über Portugal, die lesen über Irland und sie lesen über Spanien und die Tatsache, dass wenn dieses Land fällt, die Lage für den Euro also durchaus sehr kritisch werden könnte. Und das ist ja auch unser Geld. Das haben wir vor mittlerweile 10, 11 Jahren eingeführt. Wurde uns als Heilsbringer mehr oder weniger versprochen. Und heute lesen wir eigentlich nur Probleme. Und jetzt würde ich Sie auch gerne als ehemaliger Chef der Nationalbank fragen, die Frage, die sich jeder Österreicher, glaube ich, stellt. Wann soll das enden? Wann werden die Zahlungen an die Länder, die offenbar über ihre Verhältnisse gelebt haben, mit Hilfe des Euro, wann wird das enden? Weil das Griechenland seine Schulden zurückbezahlt, so wie es die österreichischen Banken vielleicht tun, das glaubt niemand wirklich. Ich würde aber gerne noch eine Frage anschließen. Es ist ja nicht so, dass sozusagen da ein paar Länder sind, die alles falsch gemacht haben. Die Griechen haben Fehler gemacht, die haben in den Statistiken geschwindelt und die Iren haben verrückte Banken gehabt, die wie wild spekuliert haben. Und der Euro, das ist sehr leicht gemacht. Diese Staatsschuldenkrise, die wir jetzt erleben in ganz Europa, ist natürlich primär eine Folge der Finanzkrise, die von den Finanzmärkten und von den Banken ausgelöst wurde. Auch in Österreich ist die Staatsschuld im Zuge der Krise um 12 Prozentpunkte am BIP gestiegen, in Deutschland um 20 Prozent, das sind solide Länder. Weil wir die Banken retten müssen und den Euro, dafür steigt die Staatsschuld. Und die Staatsschuld steigt deshalb, weil die internationalen Schulden an die Märkte und die Banken eine Rezession herbeigeführt haben. Was aber positiv ist, ich meine, auch dass die österreichische Bundesregierung ein Konjunkturpaket neben dem Bankenpaket geschnürt hat, ist ja ein Segen gewesen für die Wirtschaft dieses Landes. Was ist denn das für ein Kapitalismus, in dem der Staat alles steuert? Ihre Grundfrage, die Sie... Der Staat muss im Kapitalismus eingreifen, weil er sonst enorm instabil ist. Wenn man die Finanzmärkte nicht streng reguliert, wenn man die Immobilienmärkte nicht streng reguliert, dann führt das immer wieder zu schweren Rezessionen. Das hat die Geschichte gezeigt. Ihre Grundfrage zeigt im Grunde genommen, nämlich Griechenland und so weiter, wie geht das weiter? Die Frage war an mich einmal gerichtet, dass natürlich eine, was wir auch von den Nationalbanken immer gesagt haben, eine disziplinierte Fiskalpolitik sein muss. Aber wenn ein Land, aller Griechenland oder andere, eine undisziplinierte Steuerpolitik betreiben oder Fiskalpolitik im weitesten Sinn des Wortes betreiben, aber nicht wettbewerbsfähig ist, eine schlechte Lohnstückkostenentwicklung hat, eine schlechte Produktivität hat, keine Steuervereinnahmungspolitik hat, korrupt ist, ja, was soll man sich dann erwarten? Und daher ist jetzt notwendig, aber wenn ich in einer Familie lebe und die Europäische Union ist eine Familie und heruntergebrochen ist der Euroraum, eine noch engere Familie, dann muss ich den Familienmitgliedern helfen. Das ist meines Erachtens absolut notwendig. Nur, dass jenes Familienmitglied dem geholfen wird, das muss auch Pflichten erfüllen. Und diese Pflicht heißt, ich muss jetzt meine desolate Situation in Ordnung bringen. Und wenn diese Spielregeln eingehalten werden, dann ist eine Chance, so wie man sie einem Kind oder einem Familienmitglied eben gibt. Wogegen ich mich wehren würde, wäre, jetzt nur zu sagen, die werden eh nie zurückzahlen können, dann lassen wir ihnen gleich die Schulden nach oder einen Teil davon. Das ist das Schlechteste, was man tun kann. Also ich bin ein absoluter Gegner jeder Diskussion, die heißt, sanfte oder harte Umschuldung oder was immer, also streichen wir ihnen ein bisschen was, lassen wir ihnen irgendetwas nach. Es muss Disziplin sein, der Staat muss gezwungen werden, Auflagen zu erfüllen und wieder seine ganzen Situationen in Ordnung zu bringen. Und dann bin ich überzeugt, wird das länger dauern als ursprünglich geplant, aber nur so bringe ich auch das griechische oder das portugiesische Drama zu einem guten Ende und nicht zu einem schlechten Ende. Frau Glaser. Ich glaube, da kommen jetzt sehr viele Fäden zusammen. Das eine ist, was der Herr Matterbauer gesagt hat, unsere jetzige Staatsschuldenkrise ist eine Folge der Finanzkrise. Das ist das eine. Das heißt, es geht nicht nur um die Frage, die Staaten in die quasi Mangel zu nehmen und die Finanzen in Ordnung zu bringen, sondern es geht darum, dass wir auf die Ursachen zurückkommen. Und die Ursachen sind die Bankenkrise. Jetzt möchte ich nicht verallgemeinern, aber dennoch die Frage der Regulierung der Banken. Sie haben das gesagt, Herr Liebscher. Ja. Wir sind drei Jahre nach der Krise. Es ist praktisch nicht viel passiert. Dreifel wettert zwar gegen Basel III, aber Basel III erfüllt nicht die wesentlichen Dinge, die da wären. Und dann große Banken reduzieren, sodass keine Bank mehr so groß ist, dass man sie auffangen muss. Banken müssen die Banken.